Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ich kann dir den besten Arzt empfehlen Jesus Christus Heute reagieren wir auf den lieben Lukas Rika mal wieder Na klar Ich weiß gar nicht, was er so die letzte Zeit so betreibt hat Deswegen dachte ich mir Ich reagiere mal auf seine alten Music-Files nebenbei Mein Ding verplatzt Ich wünsche mir den Was geht, Bro? Was ist gut bei dir? Heute können wir reagieren auf alte Musikzunehmen, oder? Lukas? Ich freu mich Ich auch Wir reagieren dann einfach mal los What the fuck I know you're running out of places Frage warum Wie alt hast du rum? 16 Ich war schon sehr schön Ich finde diese Haare so stehen die mehr als blond Weil du hast schwarze Augenbrauen, oder? Augenhabe, oder? Jaja, klar Aber ich meins ist dicker Ich sehe aus wie der jetzt wicke Du kannst dich hier älischen und seine Pfanne sagen auch Okay, bye Wir schauen wieder an Maschallah, Digga Ja, Maschallah Das Lied habe ich damals früher genutzt Oh shit Was geht ab, Digga? Okay, da war ich ein bisschen älter Ja, 17 Mal schon mal ab, Digga Du warst richtig in deinem Mut drin, du warst richtig in deinem Mut drin, du warst richtig in deinem Mut drin, du warst richtig im Mut drin Ich schnur alles aus der Latte, Digga Glaub ich mir irgendwann So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Blonde Hale, fandst du nicht gut? Ich finde, hier passt was irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wieso. Besser als am anderen, ne? Ja. Ich glaube, weil ich darf nicht noch ein bisschen brauner machen von meinem Gesicht. Yeah, 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 yeah. Das ist die an der Braun, Braunigkeit. Braunigkeit. An der Braunigkeit, genau. Muskelschild. Digga, diese, diese, äh, wie heißt denn die, Digga? Ich hatte das auch damals an. Vorwachst du das? Haut ihr? Ja, ja, ich auch. Aber dass du so eng sind, bruder, hast du gedacht, jo? Ich sagte irgendwie, ich hab erwartet. Ich hab so... Bruder, du hast da nicht hingeguckt, das war ja das Schlimmste. Was hast du gemacht? Nein! Nein, Digga! Nein! Was ging mir ab, Digga? Hab ich leider einmal öfter gemacht. Es geht wird auch schlimmer mit LipBuy und sowas. Oh shit! Nein, nein! Das war mal der erste-Siege, oder? Ja. Ja! Jeden Tag, immer, ach shit! Dann ging es wieder lustiger mit dieser... Was sollst du sagen? Ich hab jeden Tag drei Musikstücke gepostet. Und jeden Tag drei Stück. Ich hab jeden Tag immer Sound besucht. Und dann hat jemand gleich Moves gemacht. Ich hab schon lange, lange Haare. Mhm. Aber wie schnell das hier wieder, weil du siehst etwas blauer aus. Ja. Ja. Ich hab das einmal angezogen. Ich sah aus wie ein Taliban-Krieger oder so. Oh shit, Digga. Mal leg Moves. Wirst du da fassen? Ja, hast du dir gefallen? Ich weiß nicht mehr. Das ist zwei Jahre. Ja, drei Jahre. Ja. 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 Jetzt hast du nicht noch... Ja. 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 Warum machst du das so oft, Digga? Also du hast gestern bis heute jetzt nicht einmal den hier gemacht. Ich weiß nicht. Hast du irgendwie Krankheiten gemacht? Oder hast du die ganze Zeit so gemacht? Ja. Oh. So. Ja. 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 Ich hab meinen Freieingestellten, Musikklick. Oh, schön, Leute. Ja. Dann hast du aber ein bisschen brauer, oder? Wir brauchen die beste bei mir, oder? Ja, ja. Ich hab das nicht an den Kontrast, wegen dem T-Shirt. Oh. Ich dachte, sie fängt auf das Radley, ne? Balle. Das soll nicht sein. Das soll dann 18 Uhr mal sein. Okay, nein, mit 19 Uhr. Die Double Tap Song. Get your finger ready so you can play along. Double tap here and here and here. Double tap here, 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 here. Das ist alt. Safe. Ich finde dieses T-Shirt liegt gar nicht unten. Da unten, ne? Was ist das? Damals war das ja ohne Digga. Ich hab das auch versucht. Das geht einfach bis zur Knie so. Damals sah das übel cool aus. Jetzt, ich... Ich hab einfach da ein Loch drin. Nein Digga, du hast da so ein halber Handstuhl. Ja, ich hatte auch so ein T-Shirt. Ja, der meinte das irgendwie. Cringe seid fachbar Digga. Was war das? Ich muss Wasser trinken. Ich muss Wasser trinken? Also ich muss nicht, aber ich hab mir eingestellt, ich trink viel zu wenig Wasser. Deswegen immer um 14 Uhr. Das wird so neu, glaube ich. Da kommt meine Benachrichtung. Lukas, trink Wasser. Stay hydrated, oder? Du wirst... Also du machst dir eine Erinnerung um Wasser zu trinken. Ja. Das ist ja. Ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Oh, shit. Das ist ja. Das ist ja. Das erwartet mich. Oh. Der Rücken sind scared. I'm gonna give you all my love, nobody matters like you, she goes in your life. Oh shit, diese verarbeitende Skills hier, die sind schon fertig. Swipe, swipe, swipe. Oh no, jetzt geht's lustiger. I like to be everything you want. Ja, ich hab so was von erwartet, ich hab so was von erwartet. Ich hab mir bei diesem Lied muss, diga. Noch mal, krass. Braindrop. Dropped up. Boah, wie alt. Diese Cap, diga, die sind... Also die Cap, die... Wer hat da aufgenommen? Oder hast du grad wirklich die Kamera so... Nee, der hat aufgefangen. Krass. Oder hast du einfach weitergefallen? Der hat mich aufgefallen, so. Ich hab da fast 10 Wochen meine Kamera einfach bei irgendwelchen Videos runterfällt. Ich beleite die erstmal bis zum Glück, bevor ich dann irgendwie weiterlauche. Ja. Hör mal dieses Walk-Pass? Ja. So, so. Er singt Ass? Ich mach so, weil ich's nicht sagen kann. Du sagst nicht mal Ass? Ich sag nicht mal Ass. Das riecht süß. Ah no, das ist die Kim. Kamera. So lange du dich auf die Winde ein bisschen, jo. Ich glaub ich weiß, komm. Ah, da ging's wieder los, diga. Ich hab's angesagt. Irre. Oh shit. What the fuck? Was geht ab, diga? Crazy, mal auf Feuer, diga. Krank. Dann mach's mal auf jeden Fall. So, du wissens. Was für ein Business? Ja, Mama ruft mich an. Mama, ich rutsch gleich zu. Ich war zu. Ich geh sogar an. Ich hab's verstanden. Okay, Mama. Ja. Ja, ja, ja. Den Rest willst du nicht verstehen, was sie da am Telefon gesagt hat. Danke an die Darsteller, meine Mutter. Was war, wo war denn? Man muss sich damals auf jeden Fall anfangen mit ganz anderen Filmen. Mhm. Das hab ich gemerkt, diga. Ähm, das war's auch schon in Indio. Oder? Ja. So, sag. Ja. Du hast relativ wenig beleidigt. Ich weiß. Ich hatte Schiss. Weil ich steh vor dir. Weißt du was ich meine? Ich meine. Du weißt ja. Ich hatte ein bisschen so. Ich hab mich zurückgehalten. Weißt du was ich meine? Okay. Versteh ich. Weißt du? Ja, das ist gut. Kann irgendwas passen. Weißt du was ich meine? Ah. Okay, das war's für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren. Schaut natürlich bei Lukas vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Äh, Snapchat. Instagram. Mein zweiter Kanal. Lukas Kanal. Live. Youtube. Danke. Aufnehmen. Nicht vergessen. Um ein Mustifizierter zu sein. Deine Mutter ist unten. Und. Mach. 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 Komm mal. Aufnehmen. 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 Vielen Dank.